ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zurück zu let's play fallout 1 wir befinden uns gerade in der militärbasis und schleichen uns gerade hierhin nachgeladen habe ich jen ist hinter mir hoffentlich bleibt er da auch ja ach naja bleibt wenigstens hinten Ach du Scheiß, ich kann gar nicht so oft schießen Ich könnte nur den ersten Schuss quasi ablegen Ja WTF, er steht vor dir Was zum Was geht denn in den Nachkampf Das ist doch nicht dein Ernst, Dude Das ist doch einfach nicht dein Ernst, dass du verfehlst Das versucht habe ich hier zu schlagen Was ist das denn hier für eine Methode Okay, das kann nicht dauern Oh, zum Glück schießt er nicht mehr Ich schieße mal auf die Augen Oh, Augenschuss Okay Okay Okay, das war verfehlend Das hat keinen Sinn Besser So, jetzt muss noch Ian überleben Und dann ist alles gut Mach keinen Scheiß, Ian Mach keinen Scheiß Oh, mein Bien Na gut Gucken wir mal, was er noch dabei hat Was wir unbedingt brauchen Wir brauchen Ich meine, wir brauchen eigentlich nur die Stim-Packs Na, hast du noch Raketen da, die ich gebrauchen kann Raketen nehme ich, glaube ich, sehr gerne Die Rest brauche ich eigentlich gar nicht Gib mir nochmal die zwei Raketen, bitte Ja, und das war es eigentlich, ne Ambremmer brauche ich nicht Na gut, mein Freund Es war mir eine Ehre, mit dir gekämpft zu haben Ich verabschiede mich von dir Ich ziehe das jetzt alleine durch Wechseln wir einfach hin und her, ne? Ist die blockiert Der aber nicht Okay, dich muss ich erstmal loswerden, mein Freund Okay, die anderen kümmern sich nicht um dich Perfekt Okay Dürfte ich dich jetzt bitte treffen? Vielen Dank, Sir Wir ehren sie uns bald wieder Weißt du was? Laden wir erstmal, ne? Das ist doch nicht ernst Sehr nice Jetzt kommt der Hans-Dieter, ne? Erstmal schön in die Augen Okay Aber ihm fährt die Augen weggeblasen Äh, da fällt mir ein gerade Wir haben die anderen bei ihm gelassen Zum Glück habe ich mich daran erinnert Stehlen So, ich möchte gerne die Munition haben Die ich bei dir gelassen habe Die könnte nämlich verdammt wichtig werden Das war's nicht, ne? Hatte doch viel mehr Mikrofusionszellen, aber Ach, da sind sie Die gibt mir alle Oh, wir haben wir getroffen, ja So, kann man in seiner Erfahrung auch boosten Und die man stundenlang einfach nichts anderes macht Als seinen Kumpel zu beklauen Nein, das wollte ich nicht Man kann diese Schrift hier kaum lesen, ey Gut, das brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Raketen könnten wir gebrauchen, ne? Nehmen wir die Raketen mit Natürlich ist meine Kapazität erreicht Wieso auch nicht? Wieso habe ich mehrere Raketenwerfer? Stattdessen nehme ich lieber Raketen mit Scheiß auf Geld Muss ich überleben Das ist viel wichtiger Nein, ne? Das ist nicht dein Ernst Sehr schön Kann man nämlich noch gebrochen Na Einfach elegant So Was? Er holt ne Waffe raus Aber noch nicht gesehen, dass Drohbohörner einfach mal ne Waffe rausholt Oh, 16 Trefferpunkte Nun den Okay Genau Oh, ah Wir haben doch einen Scanner gehabt, ne? Okay Machen wir nachdem wir hier fertig sind Schön, dass man noch ein bisschen was dazu lernen kann, ne? Das war kacke Zum Glück sind sie alle nicht so die Hellsten Ah, das kann dauern, ey Das wäre viel fetter, wenn ich damit irgendwie was reißen könnte Ah, jetzt habe ich aufgeladen, ne? Ah, ich bin so nepp Na, können wir auch damit schießen Ein hin und her hier Aber ich müsste dafür treffen Und dafür müsste ich näher rangehen Hm Dann lieber doch lieber das Naja Gut, kann ich auf die Sensoren einfach mal schießen? Naja Gut Darüber wollen wir mal streiten Was jetzt wichtiger wäre Okay, der ist auf jeden Fall hinüber Er schießt nicht zurück Das sind so ne Deppen, die Computer Komm, maximal zweimal ist er tot Ja, da ist er nüber So Der andere Bot kann uns grad nicht sehen Weil er auf der anderen Seite ist Er hat ein Sturmgewehr Hallo, Dude Rückzugssequenz Auch nicht schlecht Kannst nirgendwo hin, Alter Was willst du machen? Du bist voll am Arsch Na gut Sein Loot ist weg Aber egal So Erfahrungsmäßig brauchen wir noch 4000 Für das nächste Level Na gut Wollen wir mal ab Und gehen in die zweite Etage Ach du Heilige Da will ich hin Da will ich hin Ich muss sowieso da lang Voll die unfairen Türen Ganz ehrlich Und ich hab die mal nachgeladen Na ja Ich hab was getroffen Oh, wenn ich den jetzt treffen würde War ja klar War ja einfach klar Wieso einfach, wenn's auch schwer geht? Geht Da hab ich doch nochmal Wieso gehen wir noch nicht einfach da hin? Weil wenn wir jetzt gerade ausschießen Könnten wir auch die noch treffen Sehr schön Die dürfen sich jetzt nur nicht bewegen Perfekt Okay Wenn die sich nicht bewegen Ist nicht mein Problem, Freunde Ist nicht mein Problem Schade Schade, schade, schade Will die unbedingt treffen, ey Wir sind auserwählt Ihr seid ausgewichen, ja Aber nichts anderes Oh, wer steht denn da? Ich glaub wir haben den nächsten angelockt Er ist unlockt Er ist unlockt Ah, das ist einfach überlebt Er hat auch einen Raketenwerfer Aber wir setzen ihn nicht ein Ach komm schon Bis ich keine Raketen mehr habe Und dann bin ich geliefert Ich sag's euch Dann bin ich geliefert Aber ich probier's Ich probier's Das ist meine Chance Zwei auf einmal zu treffen Naja Einer ist wieder aufgestanden Macht nichts Solange ich hab die Chance Aber andere zu treffen Wir können zwei Schritte Nach vorne gehen Sogar ein paar mehr Gut Das ist so ne miese Technik Aber sie funktioniert Sie funktioniert Gut Laden wir nach Und dann gehen wir nochmal an R ran Ach shit Okay Wird's halt sich richtig zu wehren Immer schön auf dem Kopf Oh je Juhu Wie sollt ihr eigentlich Einen grünen Schuss Seht ihr, du hast ja Einen grünen Schuss Blauen grünen Schuss haben Und wer weiß Vielleicht kriege ich's auch Ja okay Das hat keinen Sinn Äh Dann nehmen wir mal Ein paar Stimpeks Zu uns Nehmen Ups Einer geht noch Gerade ist das Spiel nochmal abgeschmiert Und ich dachte mir Ich speichere jetzt jedes Mal ab Wenn ich einen von diesen Pissern Äh Erschieße Äh Gerade habt ihr meinen Süßkram gefunden Den mir Äh Über die Nervige Situation Überhin weggeholfen hat Und ich werde jetzt Auf jeden Fall Versuchen Die restlichen Leute Auch nochmal wegzurammeln Ähm Dafür werden wir einmal kurz den Zug beenden Und drauf verlangen Äh Nette Nummer Leben beide noch Aber haben dafür kein Leben mehr Ein Schuss und beide sind weg Laden wir kurz nach Wechseln die Waffe Mal ganz taktisch hier bei mir Kommt ihr ansonsten mal selten vor Aber ne Ja Huch Jetzt wird ab Bis Ups Da habe ich aus Versehen Übersprungen Obwohl ich das gar nicht machen musste So Verpassen wir ihm eins Oder den da hinten nochmal Falls das schön war Okay Beide tot Wunderschön Äh Kurz nachladen Waffe wechseln Und versuchen Einen von denen zu treffen Zack Aus Okay Speichern nochmal kurz ab Weil wegen Ist so ne Dann holen wir nochmal die Panzerfels raus Und wir schießen nochmal Damit Rauf Und treffen sogar Ich bin begeistert So Dann würde ich sagen Laden wir die noch einmal auf Und das war's dann Wir brauchen die erstmal nicht So Speichern ab Weil wir einen getötet haben Und mich das Spiel nervt Weil es immer wieder ausfällt Ich muss gleich wahrscheinlich Die Zeit addieren Huch Der mag mich jetzt nicht mehr Weil ich wahrscheinlich Sehr viel schneiden muss Wenn das Spiel In diesen Stellen immer abkackt Aber naja Wie schön Dass ich zu viel Rüstung habe Ach Komm schon Alter Das ist der einzige Der wirklich Aggressiv auf mich wird Vom Weiten Und ich treffe ihn nicht Aber wir treffen uns beide nicht Huch Er musste nachladen Aber Ah Ich auch Ha Ich hab ihn getrofft Ich hab ihn getrofft Er mich nicht Zack Sehr schön Sehr nice Der Zero hat sie abgezackt So einmal kurz nachladen Und natürlich Leben nachladen Das muss ja alles sein So Zack Haben wir das Ding auch Es sind diese verdammten Stellen Gut Freunde Ich würde sagen Dann sehen wir uns gleich wieder Mein Spiel ist was gefallen Wobei wir haben gestern So lang gemacht Komm wir machen jetzt hier mal Pause Und dann sehen wir uns morgen An dieser Stelle wieder Haut rein Euer Zero Tschüss Und dann sehen wir uns gleich